Kurz vor dem Weihnachtsfest lese ich nochmal vor aus dem Buch Wissen ist Macht, Wissen macht Spaß, herausgegeben von Dr. Ferry Albul Hassan. Nein, es ist keine Weihnachtsgeschichte und ich bin auch nicht die Weihnachtsfrau oder das Christkind. Es geht um Wissensboost mit KPIs aus meinem ganz eigenen Kapitel und ich habe hier geschrieben. Kunden lieben klar vorgezeichnete Customer Journeys, die von der Liebe auf den ersten Blick über sympathische Schritte der Annäherung verlaufen und mit Menschmomenten überraschen. Kunden lieben Journeys, bei denen Mitarbeitende bei aller Empathie auch das fachlich, professionell Korrekte richtig abwickeln und nach dem Kauf nochmal nachhorchen, ob das Kundenherz immer noch höher schlägt. Wer die für den Kunden beste Reiseroute durch sein Unternehmen verstanden hat, findet relevantere Kennzahlen als derjenige, der nur das eigene Organigramm sieht. Ja, je nachdem was und wie Sie Kennzahlen messen, verändern Sie den Anspruch an das Wissen und Können Ihrer Mitarbeitenden. Messen ist also ein hochkomplexes Thema, wenn es denn wirklich spürbar beim Kunden ankommen soll, dass sich etwas verbessert und für ihn das Leben leichter, besser und schöner wird. Wer Qualitätstreiber richtig definiert, misst und anwendet, erlebt eine Überraschung. Kennzahlen machen Spaß, weil Kennzahlen Erfolge zurückspielen und weil sie motivieren, immer besser zu werden. Kurz Wissen macht Spaß. Kurz vorm Jahresende macht es ja immer nochmal Sinn, einen Blick zurückzuwerfen und sich nicht nur Gedanken zu machen, was ist nicht so gut gelaufen oder was war vielleicht auch ein bisschen anstrengend, sondern auch die Erfolge zu feiern. Und am schönsten sind ja immer fassbare Erfolge, auf die wir stolz sein können. Wir nutzen dazu messbar unseren Sissi-Index, Sophisticated Index for Service Improvement, der eine 360-Grad-Messung von Servicekultur und Servicehaltung in Unternehmen möglich macht. Unabhängig von unserem Sissi-Index wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Start in das neue Jahr, ein gesundes neues Jahr, ein fröhliches neues Jahr mit vielen Glücksmomenten und jeder Menge Spaß und vielleicht ja auch Spaß mit mehr Kennzahlen und unserem Sissi-Index. Also machen Sie es gut, bis 2022. Tschüss.